In den folgenden Movies möchte ich mich mit folgenden Themen befassen. Ich habe ein Gerät, ein technisches elektrisches Gerät mit einem Display. Das habe ich fotografiert, hier die Originalaufnahme und man sieht, das Display leuchtet nicht, ist auch nicht angeschlossen. Ich habe versucht es anzuschliessen mit viel Aufwand und das Resultat war aber nicht befriedigend. Also habe ich beschlossen, das Ganze im Illustrator nachzubauen. Hier die bearbeitete Bilddatei freigestellt. Die Farbe ist originalgetreu und hier das Display, das ich im Illustrator nachgebaut habe, werde ich Schritt für Schritt dann noch anpassen. Zweiter Teil, dasselbe in 3D. Das Gehäuse ist dreidimensional fotografiert, nicht von der Front her. Und hier kommt noch dazu, ich habe das Display separat, Beschriftungen der Firmen, die das verkaufen, plus ein Logo der Herstellerfirma. Also die sind alle im Illustrator oder Photoshop erstellt und hier zusammengetragen. Erstens das flache, frontal fotografierte, zweitens das 3D mit Firmenlogos. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.